jo leute und damit willkommen zurück zu live in the woods mit dem flash mit centus huuuhu hallo hallo na ja ich bin immer noch in der hölle helle 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 das ist wahnsinn frage ist centus ist noch in der hölle helle 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 wirklich wuiuiui ja genau ich hab einen schatten frage ist wo bin ich hier reingegangen weiß ja nicht hast du atlas mit ja nee das meine ich ja nicht ich habe mich halt in die wand gegraben ich weiß nur nicht und dann zugebaut ich weiß noch nicht welche seite das war hast du hab's gefunden hab's gewonnen ich weiß was ich noch gemacht hatte neben mir sicher das weißt du und ja das ist schon weggeschickt was kommt denn denn ach so da kommt die pinen zwar koboldorgel sucht das stimmt ja da war ja was nein bauen wir ja noch stimmt da sollte ja noch eine schmieden kommen kann ich weiter ich habe ich glaube hier unten nur glas und die anderen ist eigentlich noch eine dritte machen gast freundlich gast freundlich bin ich noch stein davon auch kann man das war mal ernst was ich geschrieben hatte mit vorteil ja ist ja richtig ist ja auch nicht schlimm hätte ich mal echt bock wieder drauf besonders für zwei chaoten ich würde es wenn man was kann ich nicht mehr zu essen dabei habe ich noch was in Essenskiste technisch ist das gerade nicht oder ist das in meinem weg weiß ich nicht raus noch was und so wie es aussieht ja ich muss ja nur einen long weg reinstecken jetzt habe ich den also weiß war ja der rucksack dann bräuchten grünen nicht den bräuch das war ja so dass ich mit sieben mal kobold bis jetzt gefunden hatte und art habe ich acht mal okay das ist natürlich gut eigentlich schon was sind dann gleich alles und ich verbrenne dann jetzt die steine hier weg dann können wir vielleicht noch eine dritte schmiede machen nur für die kakatz kakatz danke fürs futter kein problem geht ja schnell ja das ist vor allem praktisch bei karten wo die kiste nicht so angeschlossen ist warum ist denn hier brot und charcoal gebrannt was war denn brot ich weiß es nicht gut war noch ja aber wir klick klack klick klack ja ich schmeiß das mal in die kiste da hinten rein ich weiß gar nicht warum brot gebacken worden ist charcoal eventuell für für draußen das könnte sein ich glaube da wollte ich block of codes machen und die verbrennen weil die hat mir doch schon im keller doch einsortierten ja ja war nicht irgendwie das wir sowieso für irgendwas shark von uns gebrauchen können für für stahl schmelzen ja ne und schmilzt ja schon stahl habe ich gerade geguckt ja hatte ich doch gemacht das schmilzt da schon rum eigentlich dass wir oder dass ich kobite bauen kann ja genau aber dann hatte ich aber dann ging allumite schneller aber ich habe das halt weiter brennen lassen aber wieso nicht stahl können wir gleich was anderes noch benutzen ja stil das stimmt ja ach weißt du was auch stahl ist für waffen und für die ganzen sachen die ich noch brauche zum kreften deswegen ist es auch noch radioeiterblock genau radioeiterblock oh das wird noch teuer teuer schmelzen ja blöcke da hinten mhm da ist es ok ist eigentlich nur noch licht rein und leuchtung stimmt ja ich habe voll vergessen dass ich ja sogar die toolstation obsidian dabei habe zum reparieren ja zur not kann ich immer was schicken ja zur not kann ich immer was schicken die ist irgendwo ein scharf scharf jump 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 die scharfe jump die scharfe 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 wir haben nur noch drei kühl das ist ein bisschen kack hat's warum sind die ganzen kühlen weiß ich nicht das frag ich mich ja auch packen packen ich glaube hier gibt es keine erklärung wo die kühe hin sind ok jetzt sind wir haben vier kühe eine war im boden verpackt komisch für irgendwas war achja stimmt die hump seeds waren ja für für da oben ja aber die beiden haben so die timeline bei mir bei twitter voll gespanned hat nichts anderes mehr gelesen hat nichts anderes mehr gelesen die welt ist y so funktioniert immer ardeid kobold genau acht hier ist acht kobold und viermal ardeid drinnen schon ja ja schon hier drinnen ähm guck mal im blauen berg rein moment ok nehm ich mal raus ich hab grad rein getan ja ich mach doch nichts das ist schon mal gut dann haben wir jetzt 15 kobold und 13 ardeid das ist schon mal super mhm aber ich muss halt nur noch mehr finden du kannst das du kannst das dass die schmelze dann dafür kommt so langsam ah ich hab was gefunden hier ist glas hier ist nochmal charcoal drin warum auch immer popcorn warum ist hier popcorn drin ich verstehs nicht popcorn popcorn hab ich doch gemacht gehabt weil ich was essen brauche wieder vergessen weil wir denken wie lange das jetzt her ist wo wir zuletzt aufgenommen haben ja ich schmeiß das alles in die kiste rein wo essen drin ist weil wir halt vorproduziert haben deswegen ja und vielleicht zwischendurch vergessen hat rausgehauen ne ich vergesse das nicht ich bin nur zu faul nein du auch nicht ich kann nichts dafür ja du auch noch ne ne kann ich wirklich nicht hier sind auch noch steaks drin ok ja so nix blazen ok orange ich kann damit noch was anderes machen guendam taco beef burger ähm bestimmt auch wen ich nehme ok kann doch bestimmt aber du kannst nur das draus machen ja das ist auch manchmal zu geil muss doch da denkst du oh kannst du vielleicht was anderes draus machen nur das nur das gibt's nicht da burger burger mit rohfleisch ok mach doch gar nicht oh das war knapp oder ich nehme rot mach doch gar nicht mehr wofür ich so viel ähm messerquartz brauchte hm einfach sammeln war für irgendwas aber nur was mach ich auch ja war für irgendwas aber nur was das ist die frage also level 35 bin ich auch schon wieder da durch weiß ich's mal 30 können wir wieder bücher machen hm 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 30 gibt's bücher ja momentan das einfachste ist das man bücher hat ja klar und so verschwendest du nur ressourcen für die waffen ja da unten wobei jetzt mal heil runter kommen ja schauen wir uns bei lief's gewesen da sind sie ne la 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 oh meine ohren du hast so ne englitz gleiche stimme na klar weißt du das immer ne da muss ich vorher schon oh baust du hier ne wand rum weil du runter willst ist da kobold ja kobold standardmäßiger kobold gibt's glaub ich mehr als Ardard unhästiger gasbunden ja du gut hast du jetzt im spiegel reingeguckt nö wo ich das hackbrett äh steh jetzt da 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 cutting board ist das doch hier oder nicht klar okay da falle ich tief runter noch das Inventar und nochmal so weit unten weiter kaum das reicht was ist er für ein Ards oh ach da hab ich ein Popsch ich hab mich gesehen keine Ahnung natürlich doch BLT Und dann das hamburger das Fressie Fressen verwörrt ach man das gaspon nervig das ist mor ich bin verwörrt schritt verwirrt sinnlos hier rezept burger firm tofu und toast auch die pfanne out oh gas nervt mich jetzt gibt es nicht viel out jetzt gab es glaube ich salat ja vorher cheeseburger und dann noch salat drauf wenn ich auf den back festgasse out salat 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 out ich stehe vorne ja der ist auch spinat das auch nochmal kobalt jetzt finde ich ein bisschen was mit kobalt ja alles fehlt danach im schenken oder ist nicht schlimm und dann wird es morgen mehr arbeit gefunden ist doch nicht schlimm das macht doch überhaupt nix jetzt könnten wir noch pommes dazu machen pommes 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 sieben stücke sind schon wieder im back top ich muss sowieso warten wie sie auswählen können hm ne ich tu die halt gleich in den back rein oh kaps gibt es jetzt neue Rezepte oder wat wo gab es kein update keine ahnung Palm Service Craft Van ne Planet Maker Pack ja aber wann so ein update weiß ich nicht keine ahnung eine Sterne sieht aber echt danach aus dass es gibt oder gab aber ich hatte es seit dem letzten mal haben wir auch nicht mehr gestartet